Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, meine Lieben, endlich mal wieder ein Video von mir. Ja, ich hatte eigentlich geplant, heute mein Monatsupdate für den Juni zu machen, aber das werde ich auf Anfang Juli verschieben und bin jetzt gerade dabei, ein Seitenfinish von meinem wunderschönen Tokareva-Bild fertigzustellen. Und das würde ich euch gerne natürlich auch nochmal explizit vorstellen in meinem Monatsupdate. Hier zeige ich euch nochmal das Bild, wie das aussieht. Ich sticke inzwischen schon seit zwei Jahren dran. Es ist eigentlich eine Schande, dass ich noch nicht fertig bin. Ich habe jetzt hier den oberen Streifen ungefähr jetzt hier bald fertig. Das heißt, hier kommt dann demnächst noch die letzte Seite und dann wäre ich tatsächlich mit dem oberen Drittel fertig. Also ich bin gerade dabei, die vorletzte Seite vom ersten oberen Drittel zu beenden. Naja, also wenn ich das jetzt hochrechne, dann brauche ich für den mittleren Streifen noch zwei Jahre und für den untersten Streifen zwei Jahre. Dann habe ich für das Bild sechs Jahre gebraucht. Ja, es ist halt so, aber manchmal habe ich wahnsinnige Lust auf Perlen sticken und manchmal nicht so und dann wieder doch ganz arg. Und jetzt ist es gerade ganz arg, dass ich Perlen sticken mache und da natürlich dieses Bild bezüglich dem Seitenfinish auch ein Bingo-Projekt ist. Genau, ich mache mal noch ganz schnell das Fenster zu. Beziehungsweise das war jetzt die Balkontür. Ja, hier ist ein Kaffee am Start. Ja, noch von der Bühne frei. Eine Freizeitschule für darstellende Kunst, singen, tanzen, Schauspiel. Da habe ich zwei Musicals mitgespielt, unter anderem auch das Trau-Dich. Eine wunderbare Begegnung in einem Hochzeitskleid-Boutique. Ja, das war der Brüller. Leider gibt es die Schule nicht mehr, aber die war ganz toll. Dribble Thread Musical Company, genau war das. Für den Dreifachschreck und der Dreifachschreck eines Musical-Darstellers ist singen, tanzen, Schauspiel. Und das dann zu vereinen. Holla die Waldfee. So, ihr Lieben. Ich habe hier wieder mein Holzsortierbrettchen, mit dem arbeite ich einfach am liebsten. Ihr wisst ja, oder jemand für die, die jetzt neu auf meinem Kanal sind, das ist ursprünglich ein Spielebrett, das man hier zusammenklappen kann. Ich habe das aber, damit mir da nichts an Perlen verloren geht, habe ich das mit Textilband einfach so befestigt, dass man es nicht mehr zusammenklappen kann. Eigentlich gehört es zu einem, ich glaube, afrikanischen Steinspiel. Aber dieses Brett ist so toll, weil diese Mulden hier so schön tief sind und man die Perlen so ganz toll hier rausnehmen kann. Ich mag es einfach total gerne und jetzt sortiere ich mir die Perlen vor und dann stecke ich mit euch so eins von dem Quadrat, Schachbrettquadrat. Und dann habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht schwarze Pfeile. So, da habe ich mir hier eins freigelassen, weil ich dann hier drin das nutze, um die Perlen einfach abzuzählen. So, vier und acht, genau. Und dann kommt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs von den gleichen. Oder muss ich bald umschütten? Jetzt nehme ich nichts mehr in meinem Bestand drin. Speziesismus ist eine Form von Diskriminierung. So, wie viel waren das jetzt? Werbeblock eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, und dann nochmal ein Schachbrettmusterquadrat und drei Schnörkelquadrate. Da brauche ich aber, nehme ich das mal mit dazu. Eins, na komm, eins, zwei, drei. Warte mal, das ist eine andere Farbe, die kommt raus. So, genau. Und dann ist die Zeile fertig. Das heißt, ich mache mir dann hier immer zur Orientierung, dass ich weiß, dass jetzt eine neue Zeile beginnt. Mir so ein Diamant rein. Und dann geht es wieder weiter mit dem Sortieren. Man kann zwar jetzt hier nicht so viel sortieren, aber das macht nichts. Das macht mir nichts aus. So, und jetzt ist das frei, das letzte Feld. Das brauche ich jetzt nicht mehr zum Sortieren. Da kommt noch eins rein. So. Und wie ihr sehen könnt, ich habe das ja... Ja, hier ist so ein bisschen Chaos in meinen Perlen. Ihr wisst ja, da hat man keine Ahnung wie und warum. Wahrscheinlich waren die Fächer einfach zu voll. Das wird meine eigene Schuld gewesen sein. Sind da ein paar Perlen durcheinander geraten. Aber ich sortiere die jetzt nicht explizit wieder zurück, sondern das, was ich brauche, picke ich mir dann aus den Fächern raus. Und ich liebe einfach diese Holzbretter. Und ich sehe das ja momentan bei euch allen, diese tollen Sortier- bzw. Perlenbretter vom Thorsten, vom 3D-Frettchen, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Finde ich mega toll. Die Idee ist unsagbar gut. Aber ich habe so viele Perlenbretter, dass momentan ich kein Bedürfnis habe, mir auch so eins zu holen. Aber die Idee ist mega. Also ich bin eher so ein Naturtyp jetzt auch bezüglich, dass ich halt lieber mit Holz oder so mir das einsortiere, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber spätestens, wenn es darum geht, die restlichen Perlen, wenn das Projekt jetzt fertig wäre, wieder rauszusortieren, spätestens dann würde ich mir wahrscheinlich wünschen, ich hätte so ein Perlenbrett. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie ein bestehendes Projekt jetzt auf das Verlagern. Ich denke, wenn ich mit diesem fertig bin, und das wird ja wahrscheinlich noch vier Jahre dauern, dann hoffe ich, dass der Thorsten noch seinen tollen Job hat. Und vielleicht dann auch Motiv mit Notenschlüssel oder so, das wäre natürlich total meins, oder mit Music oder so drauf. Ja, dann würde ich mir wahrscheinlich auch eins holen. Allein auch die Tatsache, dass man sich das dann so sortieren kann. Und ich würde dann wahrscheinlich mir einen 100er Kasten holen und einen 25er Kasten, würde in dem 100er dann die gängigsten Tokarewa-Perlen mir da einsortieren. Und das, was ich dann immer so brauche, dann in das 25er umsortieren für ein aktuelles Projekt. Weiß ich jetzt nicht, ob das so Sinn machen würde, aber könnte ich mir vorstellen, dass ich das vielleicht so machen würde. Aber, wie gesagt, ich habe momentan meine Perlenbretter, die ich total liebe. Und, ja, aber es ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich bin immer ganz gespannt, was ihr dann da immer bestellt und auspackt. Und er lässt sich ja wirklich viel einfallen. Also, ganz, ganz toll. Ja, was gibt es denn so Neues zu berichten? Also, es gibt einige Turbulenzen weiterhin, auf die will ich gar nicht näher drauf eingehen. Es hat sich nicht viel verändert, aber damit muss man einfach leben. Mal fließt es ein bisschen schneller, mal fließt es langsamer, mal gibt es tierische Krümmungen, Holpersteine und da muss man einfach drüber. Oh, ich liebe meinen Kaffee heute Morgen. Und einen Schluck Wasser gibt es natürlich auch. Wasser, mega wichtig. So. Ja, und bald ist ja auch das Ansticken. Christmas in July. Da freue ich mich schon ganz arg und da werde ich euch auch mitnehmen. Also, klar, dann ist hier an dem Tag, wo ich eigentlich das Ansticken machen möchte, ist wahrscheinlich auch hier Family High Life. High Life? Ja. Oh Gott, es ist noch so früh am Morgen. Irgendwie habe ich ein bisschen Fortfindungsstörung. Entschuldigt, bitte. Und da möchte ich euch auf jeden Fall von Anfang an mitnehmen. Und wenn ich nur fünf Kreuzelche mache, aber ihr seid dann von Anfang an dabei. Und ich bin schon so gespannt. Ich habe überhaupt gar keine Erfahrung mit diesem Farbverlaufsgarn. Also, das wäre super, wenn ihr mir so ein paar kleine Tipps dazu schreiben könntet. Ich meine, die liebe Sani hätte mir mal erklärt, dass man beim Verlaufsgarn, wenn da jetzt der Faden endet, man dann auch in dem Garn, was man sich abwickelt, wieder genau die gleiche Farbnuance raussuchen muss, um da weiter zu sticken. Damit natürlich der Farbverlauf sauber verläuft und nicht irgendwo bei Nuance XY dann plötzlich so eine Unterbrechung gibt. Und ich meine, oh, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, kann das sein, dass ich beim Farbverlauf immer ein ganzes Kreuz sticken muss. Also, jetzt nicht dreihalbe zurück, vor und dann wieder dreihalbe zurück, sondern immer gleich sofort ein Kreuz. Ein Kreuz für sich und das immer so nacheinander. Ich glaube, das sind die zwei Grundregeln für den Farbverlauf. Ist das richtig? Also, klar ist es richtig, aber muss ich noch was beachten oder wenn es das nur wäre, das ist ja nicht schwer. Und ich bin auch so gespannt. Da ist ja dieses, oh, wie heißt das jetzt, irgendwas mit Whistle, Thread, also dieses Garn, was so aussieht wie so zerruppte Watte. Also, es gibt ein tolles Projekt und das Weihnachten im Juli, Christmas in Juli, ganz toll. Und ja, ein ganz, ganz tolle Idee von dir, Stitchy Mama. Ich freue mich sehr und fühle mich sehr geehrt, dass du dann mein Stitch Buddy bist. Oh, das ist toll. Mega. Ich freue mich sehr drauf. Ja, und morgen Abend gibt es ein Konzert. Also, wir wurden gebucht und da freue ich mich sehr, dass da auch die Proben wieder begonnen haben. Und es ist zwar anstrengend, aber es macht wirklich Spaß. Und da freue ich mich sehr, dass wir da mal wieder zeigen können, was wir so drauf haben. Ja. Also, inzwischen sticke ich ja so, weil das Projekt so schwer geworden ist, dass ich mir das hier wieder auf ein Kissen lege. Und dann hier, das ist ja jetzt so ein bisschen gedrehtes Motiv, ne, normalerweise liegt es ja so in der Länge. Ich habe es mir aber jetzt so einmal gedreht und sticke dann quasi hier immer die kurze Seite. Und, ja, wie gesagt, bin da jetzt bald fertig. Oh, das muss ich mir aber hier noch ankreuzen, wo ich da war. Komm, wer braucht, brauche ich das da? Und das da? So. Mal noch sichern. So ist das genau. Also, ich brauche nur noch knapp drei Zeilen und dann habe ich die Seite fertig. Oh, das ist toll. Und es zeigt mir immer wieder, wie Fortschritte, wie man Fortschritte macht, wenn man, wenn man vorwiegend an einem Projekt arbeitet, ja, das ist logisch, ne. Aber wenn man halt auch die Abwechslung mag, dann, ja. Ich glaube, das ist auch stimmungsabhängig. Oder gerade, wenn man jetzt halt auch weiß, dass man bald einen Finish erreicht, ist man auch irgendwie so anders motiviert. Außerdem, wie gesagt, ist es ein Bingo. Also, es ist jetzt kein Bingo, also es ist ein Bingo-Teilchen, wenn ich das fertig habe. Aber dadurch habe ich jetzt keine neue Bingo-Reihe. Aber ich fand es taktisch jetzt nicht unklug von mir, weil wenn ich nämlich dann mein Geo-Frühling fertig habe, dann hätte ich zwei Bingos tatsächlich, zwei Bingo-Reihen auf einmal. Oh, ja. Dann gibt das wieder ein bisschen Belohnung ins Belohnungsglas. Und ich habe mir was ersteigert bei Ebay. Ich werde noch nicht verraten, was es ist. Also, die liebe Sani weiß schon, was es ist. Natürlich. Aber die anderen, ihr wisst es noch nicht, was es ist, was ich mir ersteigert habe. Und ich hoffe, es kommt bald an. Und dann werde ich euch das zeigen, weil das ist auch ein Projekt. Also, ich kann euch so viel verraten. Es ist ein Kreuz-Stick-Projekt, was ich bei Ebay entdeckt habe. Und ja, drei, zwei, eins, sage ich bloß. Und ich freue mich riesig drauf. Ich habe das immer wieder mal gesehen bei meinen YouTube-Kollegen. Und als ich schon das erste Mal das gesehen habe, ich war total verliebt in dieses Bild. Und dachte mir aber, oh, nee, oh, je, oh, je, nein, 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 das, nee, das machst du nicht, das holst du dir nicht. Und ja, ihr wisst doch, wie das ist. Man sagt, nein, ich bleibe eisern. Und nein, ich bestelle mir nichts mehr Neues. Und nein, ich muss erst was, was auch nicht schlecht ist, ja, erst mal etwas beenden, damit ich was Neues beginnen kann. Und das sind wunderbare Vorsätze, muss ich wirklich, wirklich sagen. Und das macht auch wirklich richtig Sinn, dass man sich da das so vor Augen hält. Aber soll ich euch was sagen? Es hält halt nicht lange an. Ja, das muss ich leider sagen. Es hält halt nicht lange an. Und das ist halt, ja, irgendwann kann man halt nicht mehr. Ja, dann ist es halt so jetzt, so wie jetzt auch auf Ebay, dass das einfach auch so eine, ja, da habe ich dann die Chance ergreifen müssen. Es geht nicht anders. Und ich habe einfach zugeschlagen. Und ich bin so, so happy. Ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Ich habe noch so viele andere Projekte. Aber, ja. Es hat irgendwie gut getan. Es tut gut, sich das zu bestellen. Und dann, also auf jeden Fall, wenn das ankommt, dann werde ich es euch zeigen. So, jetzt kommt ein Zeit, äh, ein Zeilenwechsel. Dann kann jetzt hier, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie so mache, dass ihr da so ein bisschen mitgucken könnt, wie ich das da so raushole. Ich glaube, jetzt bei diesen drei Perlchen hier ist es nicht schlimm, wenn mir da jetzt eine flöten geht. Aber ich habe sonst echt Angst, dass mir das vielleicht rausrutschen könnte. Ich sehe, dann kann man das super hier so rausnehmen. Und ich, ähm, sticke auch lieber Perlen, entweder ganz früh morgens, wenn ich, wenn ich an dem Vormittag jetzt nicht weg muss, oder mal tagsüber. Aber abends schaffe ich das nicht mehr. Meine Augen sind dann so müde, ich habe ja jetzt so eine Lesebrille auf, aber wenn ich dann richtig müde bin, dann muss ich eine Lupe noch zusätzlich dazu nehmen. Und dann merke ich auch, oh, das erschöpft mich gerade so richtig. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, je nach Tageszeit. Habt ihr da auch so eine Tageszeit, wo ihr merkt, oh, ich bin viel fitter und so. Oh, und, oh, nein, das muss ich mal stumm schalten, kurz. Ich will noch ohne Werbung. Ja, ob es auch bei euch so eine Tageszeit gibt, wo ihr sagt, oh, da bin ich topfit, das merke ich auch richtig beim Handarbeiten. Oder ob es dann auch eine Tageszeit gibt, wo ihr dann sagt, da habe ich das Gefühl, also mir geht es so, dass da jemand einen Schalter umlegt. Und nur noch ins Bett. Also mir ist es auch tatsächlich schon passiert, dass ich mich gar nicht umziehen konnte für die Nacht. Ich habe mich einfach so, wo ich war, ins Bett gelegt. Auch schon vorgekommen. Und gedacht, komm, ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt egal. Ich lege mich jetzt einfach so ins Bett. Ja, hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, ne? Ich denke, so die Jungspunte unter euch, die merken das vielleicht nicht so. Aber hier so die Ü50er, vielleicht geht es euch genauso wie mir. Oh, ich liebe diesen Kaffee heute Morgen. So. Hier habe ich übrigens auch den Niedelmeinde am Start. Ich meine, ich hätte mir den geholt bei der Heidi. Und ich finde, der passt auch total schön hier zu meinem Stickbild. Ich glaube, das ist eigentlich ein Folienmagnet. Aber der hält auch super. So, dann sortieren wir mal wieder. Jetzt brauchen wir 1, 2, 3, 4. 4 von den roten Pfeilen. Aber das muss ich mir jetzt gleich umschütten. Ich habe da gar nichts mehr drin. 1, 2, 3. Äh, 4. Ja. Da muss ich mir jetzt was zum Umschütten holen. Weil, ich zeige euch das. Hier. Da oben ist fast leer. Ja, das muss ich auffüllen. Und ich sehe jetzt auch gerade, ich habe, glaube ich, noch ungefähr 5 Minuten Zeit. Und dann ist hier die, meine Videozeit, äh, laut meinem Tablet bezüglich Akku, dann voll. Meine Güte. Ah, wo habe ich denn? Ist der da irgendwo? Ah, da habe ich es. Ne, wo? Da ist es, ne? Sind wir denn? Da sind wir. Genau. Also von dem rot war auch, ist auch richtig viel da. Und das fülle ich jetzt um. Hier rein. So. Und von dem anderen war auch nicht mehr so viel da. Oh, wie ist das so toll mit dem rot, ne? Ach, Hengi. Der rot ist einfach toll. Guckt euch das mal an, wie schön das glitzert. Oh, ist das nicht toll. Da seht ihr auch noch mal den Unterschied zwischen den Rottönen, gell? Das sind so viele tolle Rottöne. Oh, oh, oh. Da muss man alle raus holen jetzt. Da guckt euch das mal an. Da hupft doch mein Herz. Also das, 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 das. Ich drehe es mal auf die Seite. Äh, andersrum. Dann sieht man die Perlen besser. Guckt euch das mal an. Ist das nicht toll? Ist das nicht schön? So viel Rot. Ja. Das ist das Schnörkelquadrat. Das ist das Schachbrettquadrat. Das ist der Pfeil nach oben. Das ist die Sanduhr. Und das ist, ja, ein Herz. Und ich fülle jetzt hier bei mir noch auf das Schachbrettquadrat. Und ich werde auf jeden Fall jetzt immer darauf achten, dass ich mir nicht die Fächer voll mache. Ansonsten sind auch diese Bretter, ich finde sie einfach mega. Ich finde sie richtig toll. Aber wie gesagt, die Idee davon, die Idee vom Torsten, das natürlich so zu lösen, dass man sich die Einzelnen rausnehmen kann, phänomenal. Eins, zwei, drei mal Sanduhr. Ja, dann muss ich hier jetzt mit der, vielleicht könnt ihr das so ein bisschen sehen. Also hier sind auch diverse, ja, diverse Perlen durcheinander gekommen. Aber ich suche mir jetzt die raus, die ich jetzt brauche. Zwei, drei. Das ist die Sanduhr. Genau. Dann haben wir tatsächlich zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Siebzehn Stück von dem Pfeil nach oben. So, dann gucken wir jetzt mal. Da nehmen wir mal fünf. Zehn. Fünfzehn. Und dann haben wir, das muss ich erst mal weg, weil ich brauche das, die Sortierfläche für die Perlen, die jetzt kommen. Und zwar eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben mal das Schachbrettquadrat. So, ich mache da immer so Fünfer. Fünf und nochmal zwei, das waren sieben, habe ich jetzt sieben gesagt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Genau. Dann kommt ein Pfeil nach oben. Und dann kommt wieder eins, zwei, drei, vier, fünf Schachbrett. Ah ja, das passt. Fünf Schachbrett. Und nochmal zwei Schachbrett. Komm her. Ich hole die auch immer so mit dem Finger raus. Das geht. Eins, zwei. Dann haben wir wieder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Pfeil nach oben. Fünf. Zehn. Zwölf. Zwölf. Oh, ich sehe jetzt, dass mein Filmchen gleich zu Ende ist in ein paar Sekunden. Dann werde ich mich auf jeden Fall mal ganz schnell von euch verabschieden. Es wird demnächst, wenn mein Akku wieder höher ist, ein längeres Video geben. Ich grüße euch alle ganz lieb. Bleibt gesund, ihr Lieben. Bis bald zum Monatsupdate. Ich grüße euch. Macht's gut. Tschüss. Eure Sabrina. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.